... Jett ist nicht zu. Hehe, boah, hei... War worse, oder? Stopp... Okay du überlebst, alles okay, stört mich nicht, aber warum hast du reingeflasht? Die wär nett gewesen, trotzdem. BAM! Also mein Flash hat mich... Ah, das war nicht Wurf! Ich hab ult, komm, guck mal. Ah ja, ich flasher euch ja. What? Was war das denn? Hast du's gesehen? Erik, ich hab Ult, komm, komm, komm. Aber wir können die töten, wenn ich färste. So, jetzt kommt der Dubsler-Flash. Ein bisschen... Äh, wenn wir Level 6 sind, würden wir die halt nicht zu töten, dass wir ihn so lange da lassen, halt. Ey, guck mal, du könntest die halt passen, äh, du könntest den auf Level 6 halt allein. Boah, shit. Ich weiß nicht, du hast noch meine Ulti, den Schlag. Boah, also mal, der... Die hat sich auf jeden Fall gewonnen. Ja, auf dem seit Flash hat es noch mehr gewonnen. Malden im Ult. Denkst du, dass es geht? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht, weil... Alter, das wäre halt... ... 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 Das ist einfach so low, Alter. Das sind so alte Items eher das, was die Person treu. Du hast gesehen, das war der Körper. Alter, was du da mit hau, ich hab gesagt. Ja. LOL. Das ist so ein Magic-Headies, Alter. Das ist so ein Gehirn von Pike oder so. Ja. Ah, haben wir gerade wieder. Ja, schon. Du könntest ja auch den, ja, Jumi, die... Weißt du? Weißt du? Ja. Beide töten können wir da einfach mal rein. Ja. 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 Ja.